Das Fleisch? Nein, der ist nicht tot, der hat nur so getan. Alter, was ist denn mit ihm los? Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren am Forschungstisch. Wir brauchen unbedingt einen Bolzen. Für den Bolzen brauchen wir einen Metallbarren oder sowas. Und ich denke mal, für einen Metallbarren brauchen wir eine Schmiede. Was brauchen wir dafür? Schrotthaken. Dies ist im Grunde der gleiche wie der Kunststoffhaken, aber besser ist es schneller haltbar und kann weiter geworfen werden. Ey, das brauchen wir. Brauchen wir auch Bolzen? Ach komm, hör doch auf. Warum? Ich denke mal, wir können das irgendwie aus Schrott schmelzen. Aber dafür brauchen wir natürlich irgendwas zum Schmelzen. Für Bolzen brauche ich Metallbarren. Vielen Dank. Was brauche ich für Metallbarren? Gelernt, gelernt. Steht nirgendwo. Ah, Möwe. Hau ab. Zwei gleich. Alter Schwede. Boah, guck mal, wie viel das... Ach so, ihr seht es nicht. Aber trotzdem, hat viel gesammelt. Lasst es euch gesagt sein. Boah. Jawohl, jawohl. Hoffentlich haben wir Stein. Wir brauchen unbedingt einen Anker. Nein, ein Stein fehlt noch. Ey, auf die Insel müssen wir unbedingt. Die ist schön groß. Da werden wir Melonen finden. Ich bin mir sicher. Melonen, Melonen, Melonen. Bitte einen Stein, bitte einen Stein. Jawohl. Jawohl, ein Stein. So, jetzt schnell. Wurfanker herstellen. Zack, das Ding hier runter. Scheiße auf die Blätter. Hier hinstellen. So, wir müssen es drehen. Aufnehmen. Und zack. Ah, wir haben es geschafft. Alter, war das jetzt Glück mit dem... Na, mein Freund. Du versaust mir das nicht. Ich freue mich gerade so über die Insel. Hau ab. So, was haben wir? Ananas. Oh, wichtig. Wichtig und richtig. Hier oben, Melone. Jawohl. Oh, endlich. Wir können es anbauen. Boah, war die Insel wichtig. So, wir müssen unbedingt das Floß vergrößern. Es ist einfach... Hier steht alles so kacke beieinander. Wir haben kaum noch Platz. Ich glaube, den Wels hauen wir uns einfach... Sag mal, hau ab. Hauen wir uns einfach so mal rein. Zack, brauchen wir nicht. Ananas bauen wir gleich an. Rüben haben wir auch ohne Ende. Komm, wir hauen uns hier jetzt einmal... Oh nein, stimmt. Mist, der hat so viel Salz gehabt. Müssen wir direkt nachtrinken. Jetzt pflanzen wir auf jeden Fall gute Sachen an. Hier, Ananas. Ananas, Ananas. Atzen macht die Ananas. Hä, warum? Kacke. Kann ich gar nicht anbauen, oder was? Wir haben doch Melone gefunden. Ich habe die doch nicht gegessen. Also, das kapiere ich gerade wirklich nicht. Wir haben doch gerade Melone gefunden. Ich habe mich so gefreut. Oh nein, sag nicht, ich habe die nicht aufgenommen, weil ich voll war. Ich sehe aber keine Pakete. Ach, sag nicht, ich habe die wirklich weggeschmissen. Kann natürlich sein, dass wir für die Ananas die mittlere Anbaufläche brauchen, oder dass wir es gar nicht anbauen können. Ja, shit happens. Was willst du machen? Anbauflächen. Hier, mittlere. Komm, wir stellen mal eine her. Wir müssen unbedingt das Floß erweitern. Kann ich jetzt hier vielleicht die Ananas draufhauen? Nee. Schade. Wie viele passen hier drauf? Auch nur zwei, aber anscheinend größere Sachen. Also, es muss doch irgendwie möglich sein, dass wir hier Ananas oder Melone oder irgendwas anbauen können. Irgendwas fehlt noch. Guck mal, da hinten ist noch so ein Lager. Paddel ist noch am Start. Dann machen wir uns doch einmal rüber. Und da sind wir. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was wir diesmal kriegen. Bumm. Ja, bloß ein Kocher. Ist nicht immer ein Lager drauf? Ich dachte, wir kriegen immer eins. Oh Gott, das Ding geht unter. Ey, wir sind mitten beim Hai. Was ist denn das? Ach so, die gehen, glaube ich, immer unter. Aber hier war nichts drauf. Gar nichts. Doch, hier oben. Rezept einfacher Fischeintopf. Geil. Dekopaket, Metallerz. Wir haben ein Metallerz bekommen. Wie schmelzen wir Sachen? Das ist die große Frage gerade. Aber ich habe am Forschungstisch einfach nichts gefunden. Das Floß muss noch größer werden. Es ist ja alles so hässlich zusammengestellt. Ich hasse das. Ich brauche Ordnung. An einer Stelle müssen Anbauflächen sein, an der anderen die Reiniger und so weiter und so fort. Ah ja. Nein, nein. Bauhammer, haut drauf. Hau drauf. Nein, der macht uns kaputt. Es sei denn, wir reparieren. Wie lange beißt denn der? Der beißt durch, ne? Ich glaube, wir verbrauchen gerade unnötig viel Scheiß. Hat wahrscheinlich... Ah, und die Möwe noch. Die kommen wirklich immer im Tech-Team, ne? Nein, wir brauchen das Ding. Ganz schnell, ganz schnell. Komm schon, bitte, 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 bitte. Jawohl. Nein. Naja. Scheiße aufs Kunststoff. Oh, da war viel drin. Ja, wir haben, glaube ich, gerade mehr verbraucht, als uns so ein neues Ding gekostet hätte. Aber ja, so ist es halt. Was willst du machen? Oh, noch ein Fass. Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Hä? Habt ihr es gesehen? Das Ding ist so richtig aufgedutzt. Hier, schon wieder. Wie wenn da so ein Stein so flach aufs Wasser würde. Ach komm, jetzt gönn doch mal Spiel. Das ist doch nicht mehr feierlich. Ja, jetzt verpasse ich das Fass, weil der Wellengang so scheiße ist. Ach komm, ja, dann lass mich in Ruhe. Will ich nichts mit dir zu tun haben, fast. Das nervt. Ja, komm. Alter, der war aber direkt da. Was ist denn... Nein, wir kriegen noch ein bisschen ab. Wir brauchen das Ding. Na, wir haben keinen Paddel. Ach, na... Was war denn das? Eine Sekunde zu früh gedrückt. Warum auch immer ich gedrückt... Was machst denn du? Lass das Ding doch los. Ja, wo... Oh, lecker Schmecker. So wünscht man... Oh, Mensch, was ist denn los? Das Spiel gönnt. Da war richtig viel Kunststoff vor allem auch noch drin. Zu früh. Ja. Wie knabbert der? Ich hör's doch. Alter, das war voll leise. Und jetzt bauen wir hier mal ein bisschen schöner. Der Grill ist hier nicht mehr gefährdet. Kann ich den jetzt irgendwie umsetzen? Wenn ich den... Warte, wir nehmen erstmal die Kartoffel. Kriege ich dann das Zeug dafür? Ja, einfacher Grill. Warte, Kartoffel essen. Nochmal Grill. Hier daneben. Perfekt. Dann lasst nochmal gucken. Wir brauchen eine Metallbahn. Wie kriegen wir eine verschissene Metallbahn? Schmelze, da ist sie doch. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab die ganze Zeit gesucht. Trockenziegel. Ja, perfekt. Ziegel können wir herstellen. Wir brauchen Sand. Verwandelt sich beim Schmelzen in Glas. Und Ton. Ganz normaler Ton. Wo kriegen wir das denn wieder her? Das Spiel gönnt aber... Ah, ein Fass. Das Spiel gönnt aber auch nicht. Wir entfernen den Spaß nochmal. Weil ich möchte es alles ein bisschen schöner haben. Ja, komm. Scheiß auf die eine Kartoffel da drin. Jetzt haben wir die vier Anbauflächen. Dann machen wir jetzt... Warte mal, wir drehen das. Kriegen wir zwei nebeneinander. Eins. Zwei. Drei und vier. Bam ins Auge. Bam ins Auge. Bam ins Auge. Da hat er es gern, wisst ihr? Ihr kennt den noch nicht so, aber wir sind schon lange Freunde. Und er sagt immer, ah, mein Auge. Kiegst mir dort rein. Da kommt eine Insel. Oh, die sieht sogar einigermaßen groß aus. Ich freu mich. Merkt ihr diese Freude in meinem Gesicht? Das ist schön. Wunderschön. Ah. Nein, jetzt kommt der Hai. Boah, hab das gehört. Der hat zugeschnappt, aber er war zu langsam. Du Scheißvieh. Aber ich hab von irgendeinem Trick gelesen. Ja, indem du einfach die ganze Idee drückst, dann weißt du ihm wohl aus. Und dann kannst du ihm immer den Rücken pieksen, wenn er an dir vorbei ist oder irgendwie so. Er wird uns gleich nochmal erwischen. Wir können es ja mal probieren. Ich drücke einfach mal nicht D, sondern A. Doch. Klappt super. Geiler Tipp. Danke dafür. Scheiße. Ich glaube, der richtige Weg. Jawohl. Eine Kiste. Bolzen. Ja, wir brauchen Bolzen. Ganz dringend brauchen wir Bolzen. Was haut man weg? Scheiß auf die Rübe. Zwei Bolzen. Jawohl. Also man kann sie auch finden hier in den Truhen. Da ist der Hai. Oh Gott. Ah. Okay, das hat geklappt. Geil. Gut zu wissen. Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. Überall Kartoffeln. So, jetzt können wir die Axt erlernen. Ist erforscht, wenn ich die jetzt herstellen will. Axt. Hä? Nein, sag nicht, wir werden die ganze Zeit schon eine Steinachs basteln können. Naja, was soll's. Wir machen rüber. Wir holen uns jetzt ordentlich Planken. Da sind auch noch Kokosnüsse dran. Mango. Mango. Geil. Jetzt kommen endlich mal hier ein paar schöne Sachen zum Vorschein. Jetzt ist er tot. Was? Wer ist tot? Gib mir das Fleisch. Nein, der ist nicht tot. Der hat nur so getan. Alter, was ist denn mit ihm los? Das gibt's doch nicht. Ey, der sah vollkommen aus wie tot. Der sah aus wie tot. Bruder. Mach nicht diesen. Lernen, 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 lernen. Oh, guck mal. Zwei Fässer und so ein großes Lager. Geil. Das läuft. Oh nein. Ich werfe wieder alles weg. Wir sind die ganze Zeit voll. Wir brauchen mehr Lager. Ganz dringend. Scheiß mal auf Inseln gerade. Also wir müssen jetzt erstmal Geld ausgeben. Es bringt halt auch einfach nichts. Was kostet denn das Große? Ne, wir haben nur einfacher Grill. Aber Anbauflächen können wir größere. So, zack. Wo ist das hin? Hier. Dann basteln wir uns jetzt noch einen Grill. Das Fass nehmen wir auf. Dann brauchen wir noch ein Lager. Dann haben wir nämlich noch zwei Lager. Und basteln die noch hier mit hin. Ich weiß nicht, ob wir an der Insel nochmal anhalten. Eigentlich hätte ich Bock, weil irgendwo müssen wir ja Sand herkriegen. Ja, von der Insel treibt mal weg. Was soll's. Dann bleibt die Insel jetzt einfach mal Insel. Hallo. Bam. Und Auge. Er ist tot. Wir müssen ihn aufsammeln. Perfekt. Wo ist unser Floß? Hier. Wie schnell kommt denn der neue Hai? Haben wir jetzt ein bisschen Zeit? Ein bisschen was einzusammeln? Ja, ne? Zack. Aufnehmen. Werfen. Scheiß drauf und rüber. Komm. Essen, trinken. Pass gerade erstmal. Wir gucken doch mal fix. Bei Sand wird's doch irgendwo hier geben. Aber wie nehmen wir den Scheiß auf? Wir brauchen eine Schaufel. Würde ich sagen. Mann, ich muss unbedingt nochmal googeln, ey. Tut mir leid. Ich kenne mich gerade nicht so gut aus mit dem Spiel. Ist schon lange her, wo ich es gezockt habe. Melone hätte ich gern nochmal. Aber ich glaube, wir kriegen keine. Ah, doch. Wir werfen die wieder weg, ne? Ananassamen. Oh, die brauchen wir. Achso, na klar. Wir brauchen die Samen. Kartoffeln kannst du halt so einpflanzen. Wie im richtigen Leben. Aber Ananas. Oder die Erde ist nicht so gut. Wir können Wassermelonen anbauen. Ey, die bringen so viel. Glaubt es mir. Guckt mal. Ja, okay. Aber die bringen trinken und essen. So, jetzt möchte ich Samen anbauen. Haben wir noch eine offene Fläche? Ja, hier. Ananassamen. Geht nicht. Geht wahrscheinlich nur auf der großen. Jawohl. You can't touch this. You can't touch this.